Heute geht es um ein Thema, das oft unterschätzt wird, aber enorme Auswirkungen auf die Leistung und Langlebigkeit deiner Gartenwerkzeuge hat. Wir sprechen über die 5 entscheidenden Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du eine Benzinmotorsense kaufen möchtest. Wenn du keine kostspieligen Missgriffe und Frustrationen erleben willst, bleib unbedingt dran, denn wir werden dir wertvolles Fachwissen vermitteln, das den Unterschied zwischen einer großartigen Investition und einer enttäuschenden Fehlentscheidung ausmacht. Fehler Nummer 1. Unzureichende Leistungsanalyse Es gibt nichts Frustrierenderes, als eine Motorsense zu besitzen, die beim Schneiden von dickerem Gestrüpp oder hartnäckigem Unkraut an ihre Grenzen stößt. Du könntest Zeit und Energie verschwenden, nur um mit mangelnden Ergebnissen zurückgelassen zu werden. Ein Beispiel aus der Realität. Stell dir vor, du kaufst eine Motorsense, die auf dem Papier gut aussieht, aber sobald du sie im Garten einsetzt, kämpft sie sich mühsam durch das Gras. Um diesen Fehler zu vermeiden, solltest du vor dem Kauf unbedingt auf die Motorleistung und die Schnittleistung achten. Eine höhere Kubikzentimeterzahl und eine höhere Schnittbreite bedeuten in der Regel mehr Leistung und Effizienz. Fehler Nummer 2. Vernachlässigung der Ergonomie Du kennst sicherlich das unangenehme Gefühl von Verspannungen und Schmerzen nach einer längeren Arbeit mit deiner unbequemen Motorsense. Hier ist ein Beispiel aus der Realität. Du arbeitest eine Weile mit einer Motorsense, die einen unbequemen Griff hat und nicht gut ausbalanciert ist. Deine Hände und dein Rücken beginnen schmerzhaft zu protestieren. Um diesen Fehler zu vermeiden, empfehlen wir dir, die Motorsense vor dem Kauf auszuprobieren. Achte auf verstellbare Griffe, Polsterung und insgesamt eine ergonomische Bauweise, die dir angenehmes Arbeiten ermöglicht. Fehler Nummer 3. Unzureichende Wartungskenntnisse Stell dir vor, du hast viel Geld für eine hochwertige Benzin-Motorsense ausgegeben, aber vernachlässigst die regelmäßige Wartung. Die Leistung lässt rapide nach und du stehst bald vor teuren Reparaturkosten. Ein realistisches Szenario. Du vergisst den Luftfilter regelmäßig zu reinigen und der Motor deiner Motorsense verliert an Leistung. Um diesen Fehler zu vermeiden, solltest du dich vor dem Kauf über die Wartungsanforderungen der Motorsense informieren und sicherstellen, dass du bereit bist, regelmäßige Pflege durchzuführen. Fehler Nummer 4. Ignorieren der Sicherheitsaspekte Deine Sicherheit und die Sicherheit deiner Lieben sind von größter Bedeutung. Es ist leicht, in Eile Sicherheitsvorkehrungen zu übergehen und riskante Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Ein Beispiel. Du verwendest die Motorsense ohne Schutzbrille und erleidest eine Verletzung durch herumfliegende Trümmer. Um diesen Fehler zu vermeiden, betonen wir dir die Wichtigkeit von persönlicher Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen, Gehörschutz und robusten Arbeitshandschuhen. Halte dich strikt an die Sicherheitsanweisung des Herstellers. Fehler Nummer 5. Mangelnde Berücksichtigung der Umweltauswirkungen Als verantwortungsbewusster Naturfreund möchtest du sicher keine Werkzeuge nutzen, die die Umwelt belasten. Ein Beispiel aus der Realität. Du entscheidest dich für eine leistungsstarke Motorsense, die jedoch einen lauten und verschwenderischen Benzinverbrauch hat. Um diesen Fehler zu vermeiden, empfehlen wir dir, nach umweltfreundlichen Optionen zu suchen, wie zum Beispiel Geräte mit niedrigen Emissionswerten und einem effizienten Kraftstoffverbrauch. Nun, da du über die 5 häufigsten Fehler beim Kauf einer Benzinmotorsense informiert bist, hast du die Möglichkeit, diese zu vermeiden und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Denke daran, dass der Kauf einer Benzinmotorsense eine langfristige Investition ist, die sich auf deine täglichen Aufgaben auswirken kann. Sei klug und investiere in eine hochwertige Motorsense, die all deine Anforderungen erfüllt. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Benzinmotorsense verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf einer Motorsense brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir bei der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.